Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Heute geht es um Raw String Literals. Die heißen so, weil sie einem das Leben erleichtern und das ist natürlich der intuitivste Name, deswegen, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es geht darum, dass man Strings seit C++11 anders schreiben kann als noch bisher. Und zwar kann ich hier einfach hergehen und sagen, ich hätte ganz gerne einen String, wir nennen ihn jetzt einfach mal str, ist gleich. Und ja, bisher war es einfach immer, naja, also wenn man vor allem den Pfad angibt in Windows-Systemen, dann muss man c.backslash. Users oder users hieß es, glaube ich, unter Windows. Backslash. Backslash. So, ähm, deskt, oder ne, morpheus. Backslash. Backslash. Desktop. Backslash. Backslash. File.txt. So was in die Richtung. Das ist natürlich super, super unintuitiv. Und, ähm, alles andere als angenehm. Und wir sehen hier schon, mein Compiler, beziehungsweise meine IDE, sagt mir hier auch schon, hey, äh, Kollege, mach mal was. Äh, mach mal was anderes. Ich mach hier noch ein Endline rein. Und dann schauen wir uns das mal ganz kurz an, wie das im Standard C++ aussieht. So, ist natürlich jetzt wenig intuitiv, aber funktioniert. Wir mussten quasi hier diese Sonderzeichen maskieren. So, maskierte Sonderzeichen, das geht immer mit einem Backslash. Und eben, ich maskiere quasi ein Backslash, nämlich ein Backslash vorne dran setze. Ich muss zum Beispiel aber auch, ähm, Anführungsstrich oder sowas. Also Backslash, Anführungsstrich, muss ich auch maskieren. Backslash N ist eine neue Zeile. Und so weiter und so fort. All diese Dinge sind dann doch etwas umständlich. Und deswegen haben wir hier auch schon die, ähm, Vorschläge von C-Lang Tidy. Mensch, schreibt das Ding doch bitte als Raw String Literal, als rohen String sozusagen. Und ja, ähm, der sieht so aus. Das heißt, wir schreiben hier ein R vorne dran, dann Anführungsstrich und dann Klammer auf und hinten wieder Klammer zu Anführungsstrich. Was das im Endeffekt für uns macht, ist, alles was hier drin steht, ist Raw. Das heißt, alles, jedes Zeichen, egal welches, wird als String übernommen. So, und jetzt werden wahrscheinlich einige von euch aufhorchen und denken, oh, das ist doch mal ganz geil. Denn, ähm, ja, wenn ich User-Eingaben habe, die natürlich dann auch potenziell irgendwie Chartcode oder sowas enthalten können, also sowas wie bei einer SQL Injection zum Beispiel, und ich schreibe einfach alles als Raw String sozusagen, dann ist das natürlich toll, weil so kann ich davon sicher ausgehen, dass da kein Code drin ausgeführt wird, weil es ist ja wirklich Raw. Das heißt, ich kann hier reinschreiben, was ich möchte, ähm, und da, naja, steht, also da kann natürlich trotzdem noch Code drinstehen, aber es sind keine maskierten Zeichen oder sowas, die dann irgendwie plötzlich zu irgendwas führen, ähm, zu irgendwelchen Unicode-Sachen oder sonstigem Zeug. Ist natürlich auch eigentlich dafür ganz lustig und natürlich für euch zum Schreiben ist es super, super angenehm, wenn man hier einfach den kompletten Pfad so eingeben kann. Aber es wurde noch mehr gemacht, ähm, das hat jetzt zwar nicht mehr unbedingt was mit Raw Strings zu tun, aber es hat noch was mit Strings zu tun und das ist auch ziemlich geil, muss ich sagen, ähm, denn es gab einen neuen Operator, der überladen werden kann seit C++11 und zwar die, ähm, Anführungsstriche. Ich zeige euch das gerade mal. Das gibt uns natürlich ein String zurück und, ja, ist quasi ein Operator. Ja, ja, das ist eigentlich eine Funktion, die ich nicht hier drin definieren sollte. Ähm, das ist ein String, der zurückkommt, String, und es ist ein Operator, der überladen wird und zwar der Anführungsstrich Operator. Und ja, wir nennen das Ding jetzt einfach mal, ähm, Bodenstrich Foo, ja. Ähm, so kann man sich das vielleicht dann auch besser im Code ansehen, also sollte man es auch machen. Und Parameter sind hier einmal ein Const, äh, Char Array, ähm, ja, Param 1 und einmal Size Bodenstrich T, ähm, da brauche ich kein STD vorne dran, Kollege. Size T len, ja, also quasi die Länge von dem Ding wird auch übergeben. Und was ich jetzt zurückgeben kann, ist zum Beispiel, ich kann einfach die beiden Strings miteinander konkatenieren, ähm, indem ich erstmal meinen String, ähm, oder meinen, meinen Const Char Array in String umwandele, Param 1 und dann hänge ich einfach direkt was hinten dran, ähm, zum Beispiel Foo, okay. Und was hier jetzt passiert ist folgendes, ich kann hier tatsächlich hergehen und sowas machen wie Cout, ähm, Hallo Welt, und jetzt, Achtung, Bodenstrich, also quasi auf dem String drauf, Bodenstrich Foo, also Bodenstrich Foo ist quasi meine Funktion, okay. Und jetzt mache ich aber nicht irgendwie Klammer, Klammer oder sowas, sondern das ist, also das ist quasi einfach eine neue Funktion innerhalb meiner Klasse String drin, die ich hier verwenden kann. Na, das ist schon ziemlich, ziemlich Deluxe, muss man einfach mal so sagen. So, und ja, jetzt sehen wir hier plötzlich, ich habe Hallo Welt Foo bekommen. Das heißt, ich habe quasi mir eine, ähm, Operatorfunktion gemacht auf einem String drauf und habe hier, ähm, einfach über Bodenstrich Foo quasi die Funktion nochmal hinten dran gehängt, ähm, und ja, dadurch habe ich quasi die wahnsinnige Flexibilität, die ich eigentlich hier bräuchte. Es gibt noch eine zweite Signatur, die sich hier plötzlich, ähm, verwenden lässt, und zwar auch wieder der String Operator, ähm, Dingsda, also Anführungsstriche, ähm, und ja, ähm, wir hatten Foo schon, wir machen jetzt natürlich Bar, und zwar, man kann auch Zahlen hier reinbekommen, das heißt, unsigned, ähm, long, long, ähm, I. So, und das können wir auch überladen tatsächlich, und wir müssen aber einen String zurückgeben, also ist wichtig, dass wir hier einen String haben, ähm, und ja, wir bauen, was bauen wir uns denn? Wir sagen hier ToString von unserem I, und dann hängen wir hinten dran noch, äh, Bar. So, okay, und was wir jetzt hier machen können, ist genauso den, äh, das Ganze auf jeder möglichen Zahl auszuführen, das muss man sich mal geben, also Cout, äh, zum Beispiel 42 Bodenstrich, ähm, Bar, also den Boden, äh, ohne Klammern, den Bodenstrich mache ich eigentlich meistens, damit man es besser lesen kann, weil 42 Bar sieht dann halt ein bisschen seltsam aus. So, das geht, ja, man kann auch einfach die Funktion nur Bar nennen, das funktioniert schon, aber es ist halt wirklich nicht gut leserlich, deswegen Bodenstrich Bar ist schon, äh, eher das, was man möchte. Ähm, und ja, dann Endline, und dann haben wir natürlich hier auch noch, na komm, da haben wir hier natürlich auch noch 42 Bar. Und das ist schon, ähm, angenehm, wenn man so mit Strings umgehen kann, das kann einem wirklich viel Arbeit abnehmen. So, das Ganze geht auch noch mit einem, ähm, Long Double, also das heißt, wir können hier quasi Doubles auch noch überladen, hier einfach dann den Typ ändern, also mehr ändert sich ja hier quasi nicht. Einfach hier statt unsigned, äh, Long Long I, einfach ein Double angeben, Double, äh, Quatsch, nicht Double, Long Double, habe ich doch gerade gesagt. Long Double I angeben, dann funktioniert das auch. Dann können wir hier das Ganze zum Beispiel mit 42,0 machen, und, äh, bekommen dafür dann eben den, äh, String ausgegeben, wobei natürlich hier immer bedacht werden muss, der wird hintendran ein bisschen verlängert, ja. Also ein Long Double, er hört niemals bei 42,0 auf, sondern der hat immer noch ein paar Stellen hintendran. Und mit Characters, also Buchstaben kann ich das Ganze natürlich auch machen, nehme ich zum Beispiel Char oder W, Char, Bodenstrich T, beziehungsweise und so weiter halt sofort, die ganzen möglichen, äh, Typen hier angebe. Ähm, würde ich allerdings nicht unbedingt empfehlen, weil man hier das Ganze eben mit Strings machen kann, dann ist man ein bisschen flexibler und hat eigentlich dieselbe Möglichkeit, das Ganze zu machen. Aber falls ihr es mal braucht, ihr könnt das Ganze auch mit Buchstaben machen. Jo, und, äh, so könnt ihr in C++11, also, ja, es ist schon ein bisschen her, okay, neun Jahre ist eine lange Zeit, aber trotzdem, ähm, ihr könnt in C++11 dann eben so relativ flexibel mit, äh, Chars und Strings eigentlich arbeiten und, ja, es ist eigentlich auch wirklich sehr komfortabel. Gut, das war's von meiner Seite mal wieder. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.